so kann weitergehen oder neu anfangen oder wie auch immer mit neuer knarre mit zwei neuen knarren ja so lauf du mal vor ich komme der alter 39 schuss hat die alter kann ich aber rotzen wenn er dann war was denn das für ein dreieck siehst du das auch ja das habe ich mit dem wenn du die mittlere maustaste drückst kannst du zeichen hinterlegen okay so ungefähr guck mal ja alter 39 schuss das ist ja das ist ja gerade wenn du gegen entgegner kämpft gegen entgegner gegen gegner kämpft ist ja richtig geil also gegen mitspieler gegenspieler wie auch immer mein sprachzentrum ist kaputt das muss ich denn überhaupt hin hier rechts ist eins viel näher dran ja dann nimm mal das lass uns mal da gucken ich bin noch ein bisschen geblendet von meinen waffen ja das ding müsste jetzt nur noch ein zielfernrohr haben dann wäre es natürlich optimal ja alleine kann man nicht alles haben jetzt habe ich noch 32 schuss gucken wie viel schuss hatten die pistole die hat auch zwar ich durch ja oh gott nein vorsicht du hast alles wirklich hier ist ja wie viel sind denn hier das ist ja alles da ist ja die mutti da ist der fette fleischkopf hat mich kaputt gemacht ich sag's ja hast du die tollsten waffen das bringt dir gar nichts so rein rennen ja es war der läuft ja immer noch dafür braucht er denn oh gott langsam musste aber mal der doch nicht speziellen panzer oder wenn ich auch stärker wenn meine waffe stärker wird ja aber diese fetten sind doch immer so die kannst du kaum töten also unglaublich hebt mich auf bruder hebt mich auf diese dicken sind wirklich munitionsverschönung ja das stimmt so immer hier noch mal kurz hier den verbinde mich noch mal kurz so mach da hinten ist es ist das hier für munition aber die konnte ich aufheben sehr gut ich guck mal kurz ob hier oben noch munition für die knarre ist das war ich okay alles klar das war auch ich okay das rettet rettet mich ich dachte man eigentlich schon wieder ich habe doch nichts getan so aber es wird schon wieder geblitzt das heißt könnte heißen dass wieder einer nähe ist ja ich habe schon wieder gehört ich mache es wieder beim von irgendwo und ich falle um ja oder ich auch für munition oder sonne leider nicht so ich kann mal mit runter aber die sind auch nicht gerade leise das kann ich verworfen wo man die richtung da wo die schüsse herkommen und ich verkleide mich immer als busch scheiß kräne bewegen uns echt wie die trampe okay dann rüber über die brücke hat aber auch eine gute schussfrequenz das teil ja auf jeden fall ja es ist schon lecker waffen wenn du so viel kohle investieren kannst und hast so eine jahre eine spezielle legendäre ach du bist du das das ist gut weil ich sehe nämlich jemand du bist du schon tot ich lebe noch das ist super war jetzt jetzt hat es mich zerrissen so wer war es denn der hund ja der gegner und der hund also nun der gegner quasi erst hatte gegner geschossen dann und dann wird der und gepinkelt ja der hat häufchen gemacht seine müsste auch irgendwo läuft er darum und verschießt ganz im ist es egal was auf dem ast getreten ja licht und geräusch disziplin ich weiß nicht wie lange du darum liegst so zu sagen ob man eine bestimmte zeit hat um dich wieder zu beleben oder das ist eine gute frage das stimmt allerdings ich war sehr erstaunt wäre das ich hätte ich gedacht so weil der hat der hat ja diesen ein zombie niedergeknüppelt das habe ich noch gesehen so und dann dachte ich okay da ist der gegner der brennt gerade ein bisschen dann ballerste die man nieder und dann hat ein hund dich erwischt oder ja dann hat der gegner geschossen habe ich ja nicht gesehen woher es kam und dann hat mich noch der hund gebissen der hund vom basketboot und dann war vorbei dann die echt gut zusammengearbeitet ich glaube manchmal hilft es echt wenn man so kurz stehen bleibt hinter mir das ist aber ganz cool dass ich zum ersten mal drauf geachtet habe von wo geschossen wurde der hat mich erwischt es sind mehrere scheinbar so ich muss mir mal eine spritze setzen das tut gut sind denn die bastarde ich weiß nicht ich sehe kein ich komme die gleich von hinten von hinten können sie nicht ich sehe echt keinen ah scheiße vor mir war einer aber ich habe ihn da nicht getroffen direkt vor dir mhm genau genau da da wenn du jetzt quasi links müsste der dann sein ja ja wo wo da alter das sind schweine ich weiß auch nicht wie weit ich dieses ding werfen kann hier so eine handgranate ja gut dann gehe ich auch mal sterben ne ja heute ist ein schöner tag zum sterben ja mal gucken was da passiert ich habe keine ahnung wie er mich gesehen hat wo schießen die da hinten sehe ich welche aber die sind zu weit weg ach hier ist er ja mach hier nieder der ist gut der junge oh shit alter was sind das für profi gamer naja die sind halt also wir können beide nicht schießen alter voll mies da kannst du echt nichts machen ne da kommt doch so ein scheiß zombie da ja ich finde